Hallo FC-Basel-Fan, wenn du neu hier auf dem Kanal bist, abonniere und hinterlasse dein Like, damit dir YouTube weiterhin die neuesten FC-Basel-News aus erster Hand bringt. Gehen wir zu den Nachrichten Auch in diesem Sommer wird der FC Basel den Markt wieder nach sehr jungen Talenten durchforsten, um den aktuellen Kader mit noch weiteren Perspektivspielern zu ergänzen. Einer könnte Benjamin Friedrich sein. Nach dem Einzug ins Halbfinale der Europa Conference League muss sich der FC Basel im Sommer wohl darauf gefasst machen, dass einig der Kaderspieler mit Potenzial weiterziehen werden. Die Ablösesummen dürften ordentlich Geld in die Kasse der Baby spülen. Auf dem Transfermarkt wird Basel neben sofortigen Ersatzoptionen für allfällige Abgänge auch nach weiteren Youngstersuchen, denen man große Sprünge zutraut. Ein solcher dürfte der erst 17-jährige Innenverteidiger Benjamin Friedrich sein. Der Abwehrspieler ist noch in seiner Heimat angestellt und derzeit vom Simuiben FC an Neserawa United verliehen. Fabrizio Romano brachte den U20-Nationalspielers Nigeria schon mit einigen europäischen Klubs in Verbindung. Naya Football schreibt, dass neben Leipzig derzeit der FC Basel am ernsthaftesten an Friedrich interessiert sei. Der Mann fürs Abwehrzentrum ist Erster. 87 Meter groß, sein Marktwert wird aktuell auf 150,000 Euro geschätzt. Hinterlassen Sie Ihren Kommentar und liken Sie, damit YouTube Ihnen weiterhin die Videos aus erster Hand liefert. Man muss es eigentlich ersterén, wenn man in Verbindung mit einem Ersteilung in Verbindung mit einem Beteiligung zackt. Untertitelung des ZDF, 2020